Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um die Look Fantastic Beauty Box, die passend zum Weltfrauentag diese Woche rausgekommen ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box habe ich teilweise in der Kooperation, teilweise auch nicht. Und dieses Mal habe ich eine Beauty Box zugeschickt bekommen, beziehungsweise das ist meine, die ich abonniert habe. Ich weiß aber nicht, ob ich noch eine zweite zugeschickt bekomme. Das ist ein bisschen verrückt und da ich das nicht ganz genau weiß, werde ich in diesem Video trotzdem eine Verlosung machen, und zwar über ein individuell zusammengestelltes Beauty Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und sollte ich trotzdem noch eine weitere Look Fantastic Box bekommen, schreibe ich das nochmal in die Infobox und dann gibt es halt die Look Fantastic Box zu gewinnen. Genau, die kann man im Abos sich bestellen. Ich packe dir auch unten in die Infobox und hier und überall auch mal so einen Link hin. Quatsch, nicht einen Link, einen Code. Da bekommst du die dann ein bisschen günstiger. Ja, so ein Freunde-Werben-Freunde-Code, weil das ist ja meine ganz normale Abo-Box. Und genau, ja, ich habe die im Jahresabozahle pro Box. Ich glaube, 15,50 Euro und das kann halt hochgehen bis zu 20 Euro, wenn du so ein flexibles, immer kündbares Abo nimmst. Und die erscheinen monatlich und das ist die Beauty Beyond Boundaries. Okay, Box. Und ja, da sind Frauen drauf. Das ist zum Weltfrauentag. Der war jetzt ja am 8.3. Und ich bin einfach gespannt, was hier drin ist. So, und ja, die kommt aus England, die Look Fantastic Beauty Box. Und die wird jetzt aktuell aufgrund des Brexits aber auch von anderen Stellen verschickt. Das ist immer sehr spektakulär, finde ich. Die kommt immer in der gleichen Größe, im gleichen Format in dem Sinne. Hat aber ab und an mal ein Special Design drauf. So wie jetzt halt auch, ne? Das ist eher selten, dass die Special Designs haben. Aber zum Weltfrauentag gönnen die uns. Und das finde ich ganz nice. Im Deckel haben wir meistens noch so ein Zitat oder irgendwas Cooles drinstehen. Und hier steht drin, There is no force more powerful than a woman determined to rise. Also da ist keine Kraft, die kraftvoller ist. Force more powerful. Ich glaube, Force und Power ist ja in dem Sinne Kraft übersetzt. Egal. Also keine Kraft ist kraftvoller als eine Frau, die sich vorgenommen hat zu wachsen. Und das ist cool. Ja. Ne? Kann man sich dann so zurechtlegen, wie man möchte. Dieses Mal ist die auch super, super leicht. Wir haben in der Look Fantastic Beauty Box halt so, ja, Beauty Produkte drin. Sowohl dekorative Kosmetik als auch pflegende Kosmetik. Aber vor allem ist hier Pflege mit enthalten. Und da die halt auch so einen Beauty Online Shop haben, sind dann meistens auch diese Marken hier drin vertreten. Und da das alles etwas hochpreisiger ist, sind die ein bisschen kleiner hier drin vertreten, als es ja zum Beispiel in anderen Boxen der Fall ist, die dann große Full Size Produkte reinpacken. Okay, wir haben ein Klebe, der das Ganze verschließt, ein Seidenpapier, aber ich rieche es dran. Ich meine mir einzubilden, dass ich irgendwas Frisches hier rausrieche. Und ja, meine Lippen sind heute auch sehr powerful. Das ist von Maybelline Colorshow Nummer 300 irgendwie, keine Ahnung. Ich teste mich aktuell so ein bisschen durch meine Lippenstiftsammlung durch. Und ja, ich weiß nicht. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Aber ich finde diese Farbe, die passt zwar jetzt zum Oberteil, die passt, also ich mag die eigentlich auch ganz gerne an mir. Aber ich finde sie tatsächlich mit meinem blassen Teint ein bisschen zu hart, ne, wenn ich ehrlich sein darf. Und ja, deswegen ist das ein bisschen zu hart, zu krass, ne. Und der Auftrag ist auch gewöhnungsbedürftig. Das ist so ein Stift, ein dicker Stift zum Anspitzen. Und ja, da muss man auch sehr vorsichtig mit arbeiten. Es fühlt sich angenehm auf den Lippen an. Jetzt gebe ich euch auch hin und vor, ich hab lang, ich muss hier ein Produkt zeigen, sonst beschweren sich wieder Menschen, Leute. Und, ähm, auf jeden Fall, ne, also ich hab den aussortiert, wenn ich ehrlich sein darf. Aber vielleicht verstehe ich ihn auch wieder zurück. Aber der ist halt echt haltbar, ne. Ja, okay. So, Sein Papier ist aufgeklappt. Und ich sehe hier schon, ja, auf jeden Fall zwei Produkte, die in mein Full Face, äh, dekorative Kosmetik aus Beautyboxen mit reinwandern könnten. Und zwar, zuallererst, also das war jetzt der erste Blick in die Box und wir haben hier kein Heftchen drin, wo drin steht, was drin ist. Das heißt, wir haben hier auch nicht die Preise mit abgebildet. Ich rechne euch das irgendwie mal so ein bisschen runter, ne. Okay. Das erste Produkt, was jetzt hier in meinen Full Face Beautyboxen aus März wandern wird, ist dieses, dieser Double Ended, äh, Stift. Also Augenbrauenstift, das ist, äh, mit einem Spoolie und mit so einem, ja, ne, äh, schmalen, abgeschränkten, wenn sie sich. Ja. Von Brushworks und die sind cruelty-free und vegan. Das ist auch sehr nett. Sammy, das wurde nicht an Tieren getestet. Freut Sammy sich. Definitiv. So, okay. Ja, macht soweit einen okayen Eindruck. Also von Brushworks habe ich ja auch meine Wimpernzange, die ich echt gerne mag. Also ich muss gestehen, dass ich jetzt hier bei diesem Pinselchen nicht hundertprozentig glücklich bin, weil der nicht ganz so gerade geschnitten ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ich habe das jetzt gerade, ne, gesehen, dass es ein bisschen zippelig ist. Und das ist halt gerade, wenn du das als Augenbrauenstift verwendest, womit du deine Haare so fein nachziehst oder als Eyeliner, ist das ein bisschen nervig. Aber den Spoolie feiere ich definitiv. Ähm, joa. Genau. Aber ich glaube, Brushworks hat jetzt nicht so super teure Produkte im Sortiment, ne. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall bessere da. Also ich versuche jetzt auch immer, meine Produkte hier in den Hintergrund zu legen, damit ihr das auch sehen könnt. Ähm, das nächste dekorative Kosmetikprodukt ist hier. Mh, mh, mh. Lottie London AM to PM. Also morgens bis abends Retractable Eyeliner. Mh, mh. Welche Farbe ist das? Black. Joa, einfach ein schwarzer Eyeliner. Auch das ist wohl cruelty free. Steht hier drauf. Da sind Häschen abgebildet. Und vegan ist es auch noch. Sechs Monate darf der nur offen sein. Das finde ich interessant. Meine Augenbrauenstifte sind, oder meine Eyeliner sind manchmal etwas länger offen. Aber ich desinfiziere meine Produkte ja auch, ne. So ist es ja nicht. Angucken möchte ich mir den aber trotzdem. Das ist noch diese geile Folie drum zu. So. Okay, das ist, ah, Retractable heißt glaube ich hochdrehbar, oder? Das ist halt so ein, ähm, Gel Eyeliner zum Hochdrehen. Genau. Ich habe übrigens herausgefunden, dass wir in dieser Kappe meist, ja, in dieser Kappe haben wir meistens so ein, ähm, eine Vertiefung drin. Und theoretisch könnte man das verwenden, um sein Eyeliner anzuspitzen. Also jetzt hat man ja eine Ultraspitze. Aber wenn man dann halt hier auf diesem Stumpfen ist, könnte man das theoretisch in dieser, in der Kappe so drehen. Und dann könnte man sich den wieder ein bisschen formen. Das nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Genau. Aber der wird auf jeden Fall in meinen Full Face Beauty Boxen reingehen. Ach komm, swatchen kann ich den nur so ein bisschen. Oh, da kann man, der gibt gut Farbe ab. Muss ich mal gucken, ob ich damit eine feine Linie hinbekomme. Ich glaube, das wird eher schwierig. Ich habe jetzt nur ganz, ganz leicht meine Hand gestriffen. Und habe da schon direkt was drauf. Mal gucken. Da bin ich gespannt drauf. So, das waren jetzt zwei stiftförmige Produkte. Jetzt kommen wir zu Tuben und Pöttchen. Hier habe ich ein Pöttchen drin, was auch angeteasert worden ist, glaube ich. In dem letzten Heftchen, weil letztes Mal hatten wir ein Heftchen dabei. Und zwar von Christoph Robin. Eine Regenerating Mask with Rare Prickly Peer Seed Oil. Also mit einer Haarmaske mit Birnenöl quasi. Das finde ich ganz nett. Zwei bis drei Minuten lässt es nur drin. Das finde ich auch super praktisch. Da musst du nicht Ewigkeiten da mit der Maske im Haar in der Gegend rumstehen. Und dann kannst du es dir auswaschen. Und das machst du dir auf die Kopfhaut und auf die Haare auch. Das finde ich sehr interessant. Denn ich habe ja eine super verrückte Kopfhaut aktuell. Deswegen, so etwas könnte mir helfen. Riecht ein bisschen. Wie so eine sehr, sehr fettige Creme, die man sich bei Apotheke anmischen lässt, ohne irgendwelche Parfümstoffe oder sowas. So riecht die ein bisschen. Aber sie riecht angenehm. Also erinnert mich halt so an damals. Weil meine Mama hat sich damals immer extra Cremes anrühren lassen eben, weil sie halt ja auch mit Neurodermitis und so zu kämpfen hatte. Und deswegen hat sie dann immer von der Apotheke so Cremes bekommen. Und so riecht das tatsächlich. Jo, muss ich mal gucken, wie ich das so finde. Aber ich glaube, zwei Anwendungen überhaupt. Und das Ding ist leer, weil bei dieser Haarlänge, ne, vor allem, wenn du es dann Kopfhaut und in die Haarlängen geben kannst. Okay, zuck. Okay. Hier haben wir Blossom, Blossom, Blossom and Blossom Wonder Worker Multitasking. Boah. Balsam. Keys Phone Wonder Worker. How to use. Apply with clean fingers to skin. That needs extra attention. Ach so, Moment. Hier drin hatten wir, was haben wir da drin? Das haben wir 50 Milliliter. Süß, ne? Und hier haben wir jetzt drin 15 Milliliter. Mein Stuhl knatscht. Ich habe hier nicht meinen normalen Stuhl, sondern einen aus dem Esszimmer. Ich weiß nicht, den sieht man nicht, ne? Das ist so ein, kein Rollstuhl, sondern einer mit Füßen. Und der knatscht ein bisschen gerade. Also, ne? Okay. Äh, ja. Okay, was, ich weiß nicht. Das muss ich, also, ja. Mache ich irgendwo, wahrscheinlich, wenn ich super raue Hände habe oder sowas, wenn ich jetzt Ewigkeiten im Garten baue oder so, hat das irgendwas für mich damit zu tun, hier von wegen Weltfrauentag? Ich weiß nicht. Also, so ein Eyeliner kann ich mir vorstellen. So ein Tool eben für Augenbrauen machen, kann ich mir auch vorstellen, ne? Weil man macht sich irgendwie, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht. Bislang haben die Produkte noch nicht so unbedingt zum Weltfrauentag gepasst. Aber gut. Vielleicht ist es auch gar nicht das Motto. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Und das machst du dir halt. Ja gut, Pflege ist halt auch nett, ne? Also, aber das würde ich jetzt nicht für das Gesicht nehmen, sondern so für die Hände oder für Schienenbeine oder sowas. Oder für Knie, Ellenbogen. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Jo. Okay. So. Das war Produkt Nummer 4. Und wir haben hier noch, hä? Ernsthaft? Krass. Ich habe hier noch drei weitere Produkte drin. Ich bin, äh, begeistert. Von Polar ist es eine Creme, ähm, 20ml Eissauce Moisturizing Cream with Iceberg Water. Also mit Eisbergwasser vielleicht? Man weiß es nicht. Ähm, ja. Polar ist so eine ganz aufregende Marke. Die haben halt immer tolle Inhaltsstoffe und, ähm, viele schwärmen davon. Ich vertrage leider kein Polar, muss ich gestehen. Das habe ich, ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. Irgendwie, ne? Habe ich es nicht vertragen. Vielleicht wird der, ne? Das Typchen bei mir funktionieren. Ich weiß es nicht. Ähm, und das ist fürs Gesicht. Das macht, äh, das alles soft. Das gibt Glow. Das gibt, pff, alles wundervoll. Jo. Feuchtigkeit, ne? Ja. Mit Eisbergwasser. Keine Ahnung, ob die dafür einen Eisberg gemelettet haben. Ich glaube, sehr weniger. Aber irgendwie, also ich finde es irgendwie cool, dass wir so viele Produkte drin haben, ne? Und dass wir auch so eine, ja, Vielfalt haben. Ähm, aber irgendwie fehlt mir dieses, ich meine, Thema Weltfrauentag ist natürlich auch super schwer, ne? Starke Frauen. Was, was hätte ich denn da reingepackt? Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich ein anderes Thema genommen. Ich hätte Ostern oder sowas genommen, aber dafür haben die jetzt ja die Ostereier. Okay, äh, Coconut Water Cream von Hello Fab und das ist First Aid Beauty. Helps rehydrate, smooth and recharge. Safe for sensitive skin. Ich habe sensible Haut. Passt 9,6 Gramm. Interessante Produktfüllmenge. Auch das ist eher so eine Luxusprobe. Was jetzt natürlich nicht schlimm ist, ne? Super teure Marke, soweit ich mich erinnern kann. Das ist Allergie getestet. Keine, ähm, fremdartigen Parfümstoffe. Keine, äh, Hypoallergen. Und, ja, das ist hier alles nochmal auf Französisch, genau. Und das machst du dir morgens und abends einfach auf dein komplettes Gesicht. Ja, noch eine Gesichtscreme. Okay, ja, ne? Weil es so kleine sind, ist es vielleicht sinnvoll, dass da zwei drin sind, aber, ja. Ja. Oh. Ich bin undankbar. Ich weiß, ich habe 15,50 Euro für diese Box bezahlt, aber sie haut mich jetzt wirklich nicht vom Hocker, ne? Ahara ist eine coole Marke. Die hatte ich jetzt auch schon öfters mal in der, ähm, Juveniles Box zum Beispiel drin, die man ab und an bei Amazon kaufen kann. Und, äh, in der Vegan Beauty Basket hatte ich Ahara aber auch schon drin. Also eine sehr, sehr angenehme Marke tatsächlich. Also sehr angenehme Inhaltsstoffe. Dead Sea Mud, Mineral Mud Soap. Also das ist eine mineralische Schlammseife. Jetzt hört sich auch wirklich interessant an, oder? Ja, steht hier hinten drauf. Mineralische Schlammseife. Diese Seife für Gesicht und Körper wirkt hautbeliebend, entfernt sämtliche Schmutzrückstände. Da kann ich mir, also entweder ist es halt wirklich so eine Gesichtsreinigungsseife, ne, dass es quasi eine feste Gesichtsreinigung ist, was ja zur Zeit auch voll im Trend ist, ähm, oder vielleicht so ein, so ein Mini Peeling oder so. Aber ich weiß nicht, was der Schlamm damit zu tun hat. Riecht nach Seife, ne? Ist ja auch ohne irgendwelche Parfümstoffgeschichten meistens so, ne? Die Marke, ist halt wie eine Seife. Ja, ist nett. Aber das sind jetzt keine, also ist jetzt hier echt kein VaraVoom-Produkt mit dabei, ne? Das war jetzt nämlich auch der Inhalt der Box. Also wäre das jetzt meine erste Look Fantastic Beauty Box gewesen, hätte ich ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil ich habe hier kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich weiß nicht, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben. Ich habe hier nur irgendwas Powerful Women, also, ne? Also krasse Frauen sind hier unterwegs, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das dann zum Motto passt. Ich habe keine Ahnung. Also wenn hier wirklich, wenn so ein Lippenstift zum Beispiel hier drin gewesen wäre, ne? Das wäre für mich Powerful Woman, weil das traut sich auch nicht jede Frau, sich sowas dann auf die Lippen zu klatschen und somit dann durch die Gegend zu gehen. Das sind halt starke Frauen. Oder ich meine das mit dem Eyeliner, das finde ich nice. Das passt schon, ne? Eyeliner ist auch Statement, damit kann man auch verrückte Sachen machen, dass du dir halt nicht nur so wingen, sondern dass du dir vielleicht auch noch hier in der Lidfalte das mit reinmachst, wenn der hält. 1A. Ja, der Pinsel ist halt auch irgendwie ganz cool, ne? Ist halt ein Tool, ist mit dabei, das finde ich auch ganz nice. Haarmaske ist auch irgendwie ganz cool, weil das stärkt ja die Haare, also stronger, ne? Aber was jetzt die Cremes da? Weiß ich nicht. Wenn ich mir die Knie aufgeschrubbt habe, wobei auch immer, bei der Gartenarbeit, wir sagen bei der Gartenarbeit, mache ich mir die Creme drauf oder wenn ich mir die Hände halt so rau gemacht habe, okay, Frauen packen an, aber warum 2 Gesichtscremes, das verstehe ich nicht. Also das passt für mich irgendwie nicht. Aber wie gesagt, ich wüsste auch nicht, was ich da anderes hätte reinpacken können, weil schwieriges Thema, sehr schwieriges Motto. Ja, ihr Lieben, das war jetzt aber das Unboxing und ich bin halt so zwiegespalten, weil irgendwie sind die Produkte cool, aber irgendwie halt auch nicht so kraväm, ne? Ja. Okay, ihr Lieben, ich habe auf jeden Fall eine Verlosung am Start für euch, je nachdem, ob es so ist, dass ich nochmal die Vox zugeschickt bekomme in der Kooperation oder halt ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket mit den Produkten, die ich halt da habe. Genau. Ja, steht in der Infobox. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.